Hey, Kinders! Was geht bei euch ab, Junge, hä? Ihr werdet es nicht fassen, ich bin der verschissenste Lacker auf der Welt. Look at this! Look at this! Das wollte ich eigentlich nicht zeigen. Äh, guck mal hier! Ich hab mir die Challenge geholt mit einem Kollegen, diese Nova-Sache gespielt mit Bots und dachte mir, komm, ich spiel jetzt nochmal dieses Feuerwerfen, ne? Ich schmeiß die Mollys auf die Leute und sowas. Ich mach's, spiel die Runde zu Ende und im Spiel schreiben sie schon Gabe, please, give me a case! Oder sowas, ne? Und ich hab geschrieben I get the case for sure, because I'm YouTube. Das hab ich geschrieben, wie so ein Penner, wie so ein Pisser, so ein Eingebildeter. Das Spiel ist zu Ende und wer bekommt die Kiste? Bam! Ich natürlich, wer sonst? Klar, natürlich, wer sonst? Ich mach's jetzt einfach mal auf. Die ist 3 Euro wert. Ich hab mir eine Schlüssel gekauft für 2 Euro, also ich kauf mir jetzt den Schlüssel für 2,20 Euro. Ich sag's mal so, teuer. Aber, als Mann mit großen Klöten, macht man sowas halt. Guck mal, vielleicht bin ich einer der ersten, der irgendeine Waffe zieht oder sowas. Selbst wenn's nur eine blaue ist, ist es voll edel, weil ich halt die Kiste aufgemacht hab. Ich mach das auch direkt heute, das Video, lad ich's hoch. Deswegen ist es auch kurz, sorry. Aber ihr merkt jetzt, das ist ein tolles Video, der Enthusiasmus und sowas. Ich bin völlig aus dem Häuschen, ja? Wenn ich's könnte, würde ich meine Zunge so runterrollen. Aber ich kann's nicht. Das geht nur im Comic. Wie soll das denn echt gehen? Kein Verständnis vom menschlichen Körper, die Leute. Komm mir auf. Die sind dann beide ziemlich scheiße aus. Aber egal. So, nee, sind Knallerzünden. Sind die Knaller. Irre. Aber ich drück jetzt drauf. Oh, Mensch, was schlecht ist, ist es egal. Komm schon, komm schon, komm schon. Warum irgendwas behindert das? Scheiße. Aber egal. Nicht schlecht. Schon mal nicht schlecht. Das ist scheiße. Also, das war echt krass, oder? Ich spiel und krieg sofort die Kiste. Ist es unglaublich oder ist es unglaublich? Daumen hoch, weil ich's sofort bekommen hab. Daumen hoch. Teilt das Video auch. Es ist zwar, hat keinen großen Inhalt, aber ich hab zur allererste Kiste bekommen. Ich spiel ein Spiel mit dieser Wildfire-Kacke und hab die Kiste. Also, wenn das nicht ein Applaus wert ist. Dankeschön. Dankeschön. Ich weiß, ich weiß. Ein richtiges Opening kommt dann morgen. Nochmal. Mit zehn weiteren Kisten. Und danach kommt ein Giveaway. Also, nicht direkt in der Reihenfolge, nicht Tag 1, Tag 2, Tag 3, aber das ist alles jetzt geplant. Natürlich auch Cock, normal Counter-Strike. Ihr wisst, was ich mit Cock mein, ne? Dass ich meinen Cock an die Kamera hau. Nein, ich spiele Clash of Clans. Hallo, okay? Ciao. Out. Out.